Wir alle kennen ja den Begriff der demografischen Entwicklung, der in aller Munde ist und der allein bei dem Wort uns teilweise doch schon Horrorszenarien in uns aufruft und uns automatisch mit irgendeinem Unwohlsein befällt. Die Menschheit wird ja immer individueller und es wird auch in Zukunft notwendig sein, immer mehr unterschiedliche Angebote für ältere Menschen anzugeben und von daher wird sicherlich auch für die Zukunft das Wohnstift, die Seniorenresidenz, eines der Angebote sein, die nach wie vor gefragt sind. Man lebt in der eigenen Wohnung, mit den eigenen Möbeln. Man kann das Haus selbstverständlich verlassen, wann immer man möchte und hat alle Freiheiten, die man vorher in seiner eigenen Wohnung, wobei das hier ja auch die eigene Wohnung ist, auch gehabt hat. Ja, teuer ist immer relativ. Wir bieten ein sehr umfangreiches Dienstleistungsspektrum an, das natürlich seinen Preis hat, aber wenn man das runterbricht auf die einzelnen Leistungen, ist es sicherlich nicht teurer, als wenn ich mein Leben in dem Stil, wie ich es hier lebe, draußen auch leben würde.